willkommen wieder bei nächste folge von member me wir haben den captain erledigt letzte folge springst du die will nicht springen also also okay okay geschafft okay trace hat die zentrale mit kugeln durchsiebt okay kugeln was für kugeln hey ihr ritt verwandlungskanal jetzt macht euch nützlich was ist das für scheiß okay okay Äh, mach mir so. Jawoll. Aber der war schon hartnäckig, finde ich. Alter. Nein! Ey, so viel war... Oh! Ich kann nur den Fokus Aua! Hä? Willst du mich verarschen? Ich will deine Gedanken sammeln! Oh, wie süß! Danke, was ich nicht! Jawoll! Endlich kann deine Gedanken saugen! Meine Güte! Okay, jetzt kann ich! Wow! Ja! Ist klar! So! Oh! Extra und Pro! Äh, toll! Oh, toll! Komm! Oh! 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 Ich warte, bis der wird aufgeladen ein bisschen. So, fertig. So sollten wir sein. Äh, okay. Aufmachen, blöd, warte. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Zwei, drei, vier. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Eins habe ich gehört. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Erste. Meine zweite friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Ich glaube eins, zwei, drei, vier. Hä? Die erste hat... Hä? Nochmal. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Zweite. Meine zweite friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Alter, was ist das für Scheiß? Alles in allem gehe ich durch eine Tür. Meine dritte. Meine dritte ist zweite von allen zusammen. Meine dritte ist zweite von allen zusammen. Meine dritte ist zweite von allen zusammen. Meine dritte friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine dritte ist zweck wie eine Spinne. Meine dritte ist zweck wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Meine dritte ist zweck wie eine Spinne. Ah, kann ich nicht. Alter Schwalder, alter Schwalder. Was für ein Kompensation-Kerb mir mehr gegeben. Ah, shit. Boah. Meine erste und zweite von allen zusammen. Zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Friert. Was friert? Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte stirbt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wirklich nicht. WTF, ein Rätsel. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Null. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte stirbt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Die zweite hat alles. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Neun. Meine zweite friert ein bei absolut. Null. Meine dritte hat all ihre Sinne. Eins? Meine vierte stirbt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Ich würde sagen, was sie nicht tun will. Drei fucking Scheiße. Ich glaube, es ist ja... Null. Eins? Steck wie eine Spinne. Steck wie eine Spinne. Was steckt denn da eine Spinne? Acht! HAAH! Ey! 6-10 So Leute, ich muss überlegen, weil nur nochmal weiß ich echt ohne Scheiß nicht, was war. Ist das für verdammte Scheißrätsel. Also, guck mal. Bin ich schon mit? Scheiße. Also Leute, das war's und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!